guten tag liebe freunde von schoner autobohrkos international hier in fort lauderdale florida usa ein weiterer mittlerweile alter bekannter in einer tollen ausstattung das ist ein 2022 ford bronco wild track sechs zylinder 2,7 liter gold modus sasquatch er hat viele extras und hat um die 400 meilen ist also nichts kurz zulassung wenn überhaupt wild track livery schauen wir einmal rum sasquatch felgen einstiegshilfe außen schwarz innen schwarz mit grau sehr stimmig gerade für deutschland towing capability also ein wirklich tolles fahrzeug aus florida schauen wir kurz hinten rein auch da ist alles da kurzer blick auf den makler ihres vertrauens scheibe lässt sich öffnen ein toller viersitzer wie neu definitiv hardtop und softtop die motor klang dass wir aus sechs zylinder ecoboost die tür in leder stoßstange vorne ist hd schauen wir uns gleich nochmal an und hier große bildschirm gold modus die automatik rückfahrkamera auxiliaries hier nochmal das hardtop windows sticker handbuch beide schlüssel schauen wir nochmal kurz auf das herz des ganzen hier ist der ford sechs linder ecoboost ecoboost 2,7 liter mehr als ausreichend für diesen truck und hier nochmal die hd stoßstange das ist auch eine tolle option alles in allem eine tolle mischung muss man sagen und dementsprechend wünschen wir das team von schona auto borkos international ihnen allzeit gute fahrt und viel viel vergnügen mit ihrem 2022 ford bronco wildtrack in schwarz und innen schwarzgrau da muss hier schon bei unserem speditionspartner befinden bewegen das fahrzeug nun zur lade rampe und dort wird es dann professionell zeitnah verpackt und geht auf seine reise nach bremerhaven und dort zur homologation bei unserem umrüstpartner und von dort dann zum endgültigen kunden vielen dank und auf wiederhören